Aber wie stelle ich jetzt bitte schön von invasiv oder nicht invasiver Beatmung auf die sogenannte High-Flow-Sauerstoff-Therapie um? Ich darf es Ihnen noch mal zeigen. Es ist die gleiche Strategie. Sie gehen nämlich in den Standby-Modus, also Beatmung auswählen. Es erscheint die Taste Beatmung beenden. Die markieren Sie und quittieren Sie. Gleichfalls quittieren Sie die Sicherheitsabfrage. Jetzt sind Sie im Standby-Betrieb. Sie wählen das Piktogramm für das Patientendevice aus. Es wird Ihnen unter anderem auch angeboten, die High-Flow-Sauerstoff-Therapie über das Piktogramm mit der nasalen Brille. Das quittieren Sie. Und jetzt starten Sie wieder die Beatmung in gewohnter Weise. Und nun sind Sie in der High-Flow-Sauerstoff-Therapie, genannt HFOT. Sie in der High-Flow-Sauerstoff-Therapie, genannt HFOT.